Herzlich willkommen zu den Heute-Nachrichten. Die Bahn klagt gegen den kurzfristig angekündigten GDL-Streik. Das Arbeitsgericht Frankfurt soll noch heute eine Entscheidung treffen. Die nächsten Nachrichten um 13 Uhr im ZDF-Mittagsmagazin, mit dem es jetzt gleich weitergeht. Aktuelle Informationen gibt es jederzeit in unserer ZDF-Heute-App. Wir sehen uns um 5 Uhr wieder. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017